äh Giso was machst du da ja guck mal im stream wie klip das mal einer bitte nein auf der motorhaube ja jetzt geht's jetzt geht's auch bei TPP Ja Ich hasse das Spiel. Am besten finde ich den Schlauch hier. Oh! Oh! What the fuck?! Eh. Eh. Das war übelst hart. Jetzt kommt das mit dem Tisch, ne? Das ist aber hier noch da oben. Der Bein ist verdreht. Ist das jetzt der Clip vom Clip vom Clip? Ah! Das ist jetzt... Das ist jetzt der Clip? Das hier sind wir von früher. Das ist jetzt, deswegen sind wir hier. Das sind wir von... Wir gucken uns das nochmal an. Das ist das Vergangenheits-Vergangenheits-Vergangen. Ja, und das... Wir sind jetzt die Aktuellen. Ja, also wir sind jetzt die Aktuellen. Also, ja. Clips-Häppchen, Leute. Nur hier. Aber wenn du mal der willst, ich kann auch für dich... Ah! Mache, das ist auch keine Probleme. Ich mach's eigentlich ungekehrt. Jetzt muss ich dir ja auch 2,49 geben, oder was? Ja. Achso, ja, warte mal. Besser auch. Das waren jetzt schon 4 Euro, oder? Ja, ja. Du sag mal, weswegen ich dir auf dieser Line anrufe... ...besorgst du's mir? Ja, ich... Ich wollte mal fragen, wie's ist. Ich brauch die Akkus jetzt. Ja. Gib mir deinen geilen Akku. Da kann man ruhig mal blank ziehen. Was? 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 Was denn Tag? Was für dich? Boah! Boah! Ah! Komm schon, Scheiße! Oh! 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 ...deine Lastkraftwagen da hoch da! Da machst du jetzt zum Wösten einmal so mit deinem Kopf springst, da hoch machst du Wumms, Klatsch! Oh! Ne? Und dann läuft das auch wieder... Dann läuft das auch wieder gerade da oben in der Bibel! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast Liebe, lass das Liebe mal weg. Dann sagt die, die Eier nicht brauchen. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So, jetzt hier. Hoffe, deine Hose ist groß genug. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Na, komm. Ich muss Gewicht, ich muss Ballast haben. Unser Spritverbrauch ist zu hoch. Unser Spritverbrauch ist zu hoch. Der Bus, der wiegt zu viel. Der Bus, der wiegt einfach zu viel. Wir müssen jetzt Ballast abwerfen. der Bus ist zu hoch. Und ganz schön. Wir haben das vorhin. Und das sind so hoch. Dann wird, der Bus ist so hoch. Das ist so hoch. Der Bus ist so hoch. Das ist so hoch. Oh Gott, das ist voll lecker, das ist voll lecker, mit Sunday, Sherry Cola. Ich bin halbtot, Heinrich, ich weiß es nicht, Jim Vier im Himmel, Heinrich, Jim Vier im Himmel, Heinrich. friedrich heimlich was ist denn da los ich sehe ja gar nichts mehr es ist so hell hier auch schon mal wieder runter die euch lasst mich fallen ok da bin ich wieder